So, einen wunderschönen guten Morgen allerseits. Schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserem heutigen Webinar zum Thema Extranet. Mein Name ist Tim Arendt, ich bin Maklerbetreuer bei der Haftpflichtkasse und ich bin auch heute, wie Sie vielleicht schon auf der Folie sehen können, nicht ganz alleine, sondern ich habe auch noch eine Kollegin mitgebracht, die Frau Michelle Blass. Ich sage schon mal guten Morgen. Michelle, bist du noch in der Leitung? Guten Morgen. Schönen guten Morgen, Tim. Ja, ich bin in der Leitung. Hallo. Super, genau. Damit Sie jetzt, also wenn Sie uns schon mal hören können, ist das auf jeden Fall schon mal die halbe Miete. Noch besser ist es, wenn Sie dazu auch noch ein Bild sehen, weil wir wollen ja heute unser Extranet zeigen. Von daher ist es ganz wichtig, dass Sie auch entsprechend die Folien sehen können. Ich sehe, es sind schon ganz, ganz viele auf der Präsentationsseite eingeloggt, aber noch nicht alle. Von daher erkläre ich noch mal kurz, wie das funktioniert. Also, wenn Sie auf folgende Internetseite gehen, nämlich www.csnstart.de. Da finden Sie oben links so zwei Eingabefelder, einmal Name und PIN. Also Sie tragen hier dann bitte einfach Ihren Namen ein und bestätigen mit folgender PIN-Nummer. Die lautet 565656. Ich sage noch mal alles in Ruhe. Auf der Internetseite www.csnstart.de tragen Sie bitte einfach Ihren Namen ein und bestätigen mit 565656. Dann können Sie auch die Präsentation mit verfolgen. Wir werden dieses Mal ein bisschen was anders machen als sonst. Wir werden nämlich jetzt gleich den Chat öffnen. Das heißt, Sie haben während der Veranstaltung auch jederzeit die Möglichkeit, konkrete Fragen zu stellen. Das ist auch der Grund, warum ich die Kollegin gebeten habe, mich hier heute zu unterstützen. Die wird den Chat nämlich mit beobachten und wenn es kleine, schnelle Fragen sind, auch schon direkt beantworten. Wenn es irgendwie spannende, große Themen sind, dann wird es sich auch mit reinschalten und das Ganze, ich sage mal, in der ganzen Gruppe nochmal für die ganze Gruppe vorlesen. Und dann können wir das auch zusammen besprechen. Ansonsten haben wir, so wie wir es eigentlich immer machen, am Ende der Veranstaltung nochmal die Möglichkeit mit so einer offenen Fragerunde. Ich erkläre das dann nochmal, wie das funktioniert. Sie können mir dann so ein virtuelles Handzeichen geben und dann können wir Sie sogar hier live mit in die Konferenz schalten und Sie können Ihre Frage natürlich auch dort stellen. Okay, so, soviel zum organisatorischen Teil vorab. Dann würde ich sagen, können wir jetzt auch direkt mit unserem Vortrag vorlesen, loslegen. Und genau, ich hatte ja schon gesagt, es geht heute ums Extranet und das hat auch einen Grund, warum wir das gerade jetzt uns überlegt haben, ein solches Webinar für das Extranet zu machen. Denn wir freuen uns sehr, dass wir bei einer Vermittlerumfrage der Deutschen Versicherungsbörse schon zum zweiten Mal in Folge jetzt einen Preis abgeräumt haben. Nämlich, wir haben sogar den ersten Platz gemacht in der Kategorie Extranet. Das zeigt für uns, wir scheinen das ein oder andere richtig zu machen. Das heißt nicht, dass das System nicht auch weiterentwickelt werden wird, aber wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Und deshalb hatten wir uns überlegt, unser Extranet soll jetzt auch mal ein eigenes Webinar bekommen. Wenn es offensichtlich so gut ankommt, haben wir vielleicht nochmal die Chance, dem einen oder anderen ein paar Kniffe zu zeigen, die man noch nicht kennt. Und die, die sich bisher noch überhaupt gar nicht mit unserem Extranet beschäftigt hatten, einfach mal das von Grund auf zu zeigen, welche Möglichkeiten hier bestehen. So, das Extranet und seine Vorteile habe ich jetzt einfach mal genannt. Warum sollte man so ein Extranet letzten Endes denn benutzen? Man hat eine komplette Bestandseinsicht. Man kann also wirklich alle Verträge sehen, die über die verschiedenen Nummern bei uns eingereicht wurden. Wir haben umfassende Tarifrechner hinterlegt, eine Vermittlernummer, dass das auch korrekt zugeordnet werden kann. Gerade Thema Dunkelverarbeitung. Wir wollen alle bei der Digitalisierung mitmachen. Wir wollen, dass es schnell geht. Stichwort Sofortpolisen und so weiter. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man da auch weiß, dass man vernünftige Tarifrechner hat, die auch unsere ganzen Besonderheiten, auch wieder hier ein Stichwort Zusatzbausteine, die vielleicht der ein oder andere Vergleichsrechner von einem externen Anbieter nicht korrekt darstellt oder nicht direkt darstellen kann. Unsere Tarifrechner sind natürlich immer so vorbereitet, dass auch alle Möglichkeiten, alle Tarifoptionen, die wir so anbieten, hier auch konkret hinterlegt sind. Das Extranet kann aber auch genutzt werden für Statistiken. Wer einfach mal wissen will, wie sieht denn meine Schadenquote aus? Wie läuft der Bestand aktuell denn so? Hat hier auch die Möglichkeit, sich da mal über seinen eigenen Bestand ein paar Infos reinzuholen? Natürlich sieht man die Quotage-Abrechnung. Früher war es wirklich noch so, das ist per Post verschickt worden. Braucht heutzutage fast niemand mehr, sondern man muss einfach wissen, wo liegen die Quotage-Abrechnungen. Und auch das Extranet bietet hier natürlich einen entsprechenden Bereich, wo ich mir auch immer die Abrechnung anschauen kann. GdV-Daten wird auch immer beliebter. Wir haben sehr, sehr regelmäßig Anfragen von Ihnen und wir werden gefragt, wie komme ich denn an die GdV-Daten ran? Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass man da sehr einfach an die entsprechenden GdV-Daten herankommt. Darunterladen zeige ich aber später noch mal im Einzelnen. Und zu guter Letzt habe ich hier noch mal eine Kategorie Maklerforum. Da wird die Kollegin auch noch mal was zu sagen, weil sie dieses Maklerforum konkret betreut. Einfach eine Möglichkeit, eine Plattform, die wir hier geschaffen haben, dass sie sich nicht nur mit uns austauschen können, sondern auch untereinander zu bestimmten Themen. Sie werden auch Möglichkeiten haben, auch Wunschthemen letzten Endes bei uns anzuzeigen. Das erklärt die Kollegin nachher aber noch mal ganz konkret, wie das funktioniert. Für diejenigen, die vielleicht wirklich noch überhaupt gar keinen Zugang zu unserem Externet haben und sich heute eingeschaltet haben, um mal kennenzulernen, wie komme ich denn da eigentlich hin? Wie kann ich denn diese Services wirklich alle konkret nutzen? Dann, sei hier einfach mal vorab erwähnt, auf unserer Homepage, ich habe es da eingeblendet, haftlichkasse.de, slash Vermittlerzugang, finden Sie folgenden Button. Den habe ich da per Screenshot einfach mal da unten dran geklebt. Also wenn Sie auf der Homepage sind, ein bisschen runterscrollen und dann entsprechend auf diesen blauen Knopf drücken. Dann werden Sie weitergeleitet auf folgende Formularseite. Hier werden einfach ein paar Sachen abgefragt. Sie müssen Ihre Vermittlernummer angeben, damit das Zertifikat auch für die richtige Nummer zugeordnet werden kann. Und ganz, ganz wichtig ist auch auf der rechten Seite ganz unten zu sehen, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse hier hinterlegen, weil an diese E-Mail-Adresse nämlich das entsprechende Zertifikat verschickt wird. Das heißt, wenn Sie sich da registriert haben auf unserer Homepage für das Externet, bekommen Sie eine Bestätigungs-E-Mail und da hängt entsprechend diese Zertifikatsdatei mit dran. Die ist ganz wichtig. Der zweite Faktor ist ein dazugehöriges Passwortschreiben. Das verschicken wir in der Regel auf den Postweg, damit, wenn wir das, ja, also einfach aus Sicherheitsgründen, wenn wir das beides an Ihre E-Mail schicken würden und es hätte irgendwie ein Hacker-Zugriff auf Ihr Postfach, dann hätte er gleich beide Sicherheitskomponenten und könnte sich da bei Ihnen in dem Konto einloggen. Das wollen wir vermeiden. Von daher werden wir die Passwortschreiben immer noch mit der alten Schule auf den Postweg verschicken und damit haben wir auch sichergestellt, dass das Passwort auch bei dem ankommt, wo es auch hin soll. Eine grundsätzliche Anleitung zur Installation, die finden Sie dann auch entsprechend in dieser Bestätigungs-E-Mail drin. Da ist genau erklärt, wie man das Extranet letzten Endes zum Laufen bekommt. Das hängt ein bisschen davon ab, welchen Internetbrowser Sie verwenden. Ist aber alles kein Hexenwerk. Sollte doch mal irgendwie was nicht ganz klar sein oder es funktioniert irgendwas nicht, dann rufen Sie gerne bei uns an. Wir haben jede Menge Profis bei uns im Haus, die hier weiterhelfen können. Und also mir ist kein Fall bekannt, wo wir das Extranet nicht zum Laufen bekommen haben. So und dazu noch eine wichtige Info, dieses Zertifikat ist nicht nur dafür geeignet, sich in unserem geschützten Vermittlerbereich einzuwählen, sondern Sie können das Zertifikat auch benutzen, um die BIPO-Services letzten Endes zu verwenden. Also diesen Datentransfer. Wenn Sie ein Markterverwaltungsprogramm in Ihrem Büro verwenden, können Sie auch da unser Zertifikat hinterlegen und entsprechend das so nutzen, dass Sie auch sämtlichen Schriftwechsel, der vielleicht früher klassisch per E-Mail-Kopie an Sie verschickt wurde, dass das Ganze dann über BIPO passiert. Und die letzte vielleicht wichtige Information, dieses Zertifikat, wenn Sie das beantragen, ist immer fünf Jahre lang gültig. Das heißt, diese Einrichtung, das müssen Sie eigentlich nur alle fünf Jahre machen. Man muss also nicht jedes Mal irgendwelche Benutzernahmen eintragen, die vielleicht auch ihre Gültigkeit nach ein paar Monaten verlieren. Und Sie müssen ein neues Passwort vergeben. Das gibt es bei uns nicht. Also wenn das Zertifikat einmal hinterlegt ist, haben Sie in der Regel fünf Jahre lang Ruhe damit. So, und hier noch eine aktuelle Information. Uns ist in letzter Zeit immer mal wieder gemeldet worden, dass unser Zertifikat von bestimmten Virenscannern oder Firewall blockiert worden ist. Und die Vermittler dann Schwierigkeiten hatten, sich bei uns einzuloggen. Wir können natürlich jetzt keinen technischen Support für alle möglichen Virenscanner, die es so am Markt gibt, leisten. Aber was wir bisher herausfinden konnten, war, dass eigentlich jeder Virenscanner irgendwo eine Möglichkeit hat, in so einem Konfigurationsprogramm Ausnahmen zu machen. Das ist ein vertrauenswürdiger Weg. Und ich möchte mich da einloggen. Das kann man letzten Endes einstellen. Also nicht nervös werden, wenn es mal irgendwas nicht funktioniert. Es könnte tatsächlich an Ihrem Virenschutz liegen, der diese Zertifikatsdatei blockiert. Also schauen Sie einfach mal in Ihrem Programm nach, falls das der Fall sein sollte, ob Sie da Einstellungen vornehmen können, um uns als vertrauenswürdig zu deklarieren. So, wenn man das dann alles geschafft hat, man hat das Zertifikat bekommen, man hat es richtig hinterlegt und man hat sich jetzt das erste Mal eingeloggt, dann sieht man letzten Endes folgendes Menü. Das ist jetzt der Ausschnitt, den Sie dann jeweils im oberen Bildbereich sehen, wenn Sie sich bei uns eingeloggt haben. Grundsätzlich, ich habe auch in den letzten Jahren immer mal wieder gehört, unser Extranet sähe ein bisschen nüchtern aus oder wäre in die Jahre gekommen. Ich finde, es ist einfach aufgeräumt. Und wir machen vielleicht keine lustigen Bilder oder es blenden sich keine Chatbots ein oder irgendwelche tollen Animationen. Es wirkt vielleicht ein bisschen konservativer, aber dafür finde ich es einfach schön. Man hat auf den ersten Blick alles das, was man eben letzten Endes braucht. Es ist sinnvoll sortiert nach verschiedenen Kategorien. Wir gehen die jetzt auch gleich nach und nach durch. Aber von daher, wer sich so ein bisschen an der Optik stört, das ist schon Absicht, dass wir einfach wollen. Wir beschränken uns hier auf das Wesentliche und wollen einfach, dass es bedienerfreundlich ist. Genau, also auf der ganz linken Seite, wie Sie es eben sehen konnten, in diesem Vermittlerbereich, da gibt es zum Beispiel, das finde ich ganz spannend, die Rubrik Einstellungen. Da können Sie zum Beispiel die Mitarbeiterverwaltung letzten Endes organisieren. Also der Hauptnutzer darf auch beliebig viele Nebennutzer letzten Endes einrichten. Das funktioniert dann so ähnlich wie auf dieser ersten Formularseite, die ich vorher gezeigt habe. Der Grund, warum wir das anbieten, ist natürlich kann man auch das eine Zertifikat, was man hat, an seine Mitarbeiter weitergeben. Die stören sich nicht gegenseitig, aber es macht schon Sinn, für jeden einzelnen Mitarbeiter ein eigenes Zertifikat anzulegen. Denn es mag auch mal sein, Mitarbeiter verlässt das Haus und man hat vielleicht Sorge, dass derjenige das Zertifikat mitnehmen könnte, um sich dann auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses noch irgendwie einloggen kann. Und wenn man dann dieses Zertifikat sperren lässt, dann ist natürlich das Zertifikat für alle gesperrt. Von daher empfehle ich schon, sofern möglich, dass man dann auch für jeden Mitarbeiter einen eigenen Zugang legt. Und man hat hier noch Möglichkeiten, auch bestimmte Benutzerrechte zu vergeben. Also gleich, wenn es der Auszubildende ist, der nicht in die Quartageabrechnung einsehen soll, dann kann man solche Sichten hier auch noch mal sperren. Also die Mitarbeiterverwaltung ist ein ganz wichtiger Punkt in der Rubrik Einstellungen. Unter den Einstellungen findet sich aber noch ein weiterer Reiter, und zwar die Tarifrechner-Einstellungen. Sie haben hier bestimmte Möglichkeiten, Einstellungen vorzunehmen, die Ihrem Berateralltag am ehesten entsprechen. Also Sie können zum Beispiel sagen, die Dokumente, die da mitgesendet werden, seien es Angebote oder Antragskopien, soll das zusammengefasst werden in ein Dokument, dass Sie wirklich nur eine PDF haben oder wollen Sie es alles einzeln haben, damit es, sagen wir mal, übersichtlicher ist und sich auch nur das öffnen, was Sie jetzt auch gerade sehen wollen. Sie können sagen, ob der Papierlosnachlass von Grund auf immer eingestellt werden soll, weil Sie sagen, ich mache gar nicht mehr ohne Papierlosnachlass. Dann darf der Tarifrechner das auch von vornherein her immer berücksichtigen oder wollen Sie es lieber aktiv anwählen für den, den es passt. Solche Einstellungen könnten Sie hier vornehmen. Auch interessant, individuelle Antragsnummer. Das ist vielleicht gerade für größere Häuser interessant. Man kann noch ein zusätzliches Feld in die Tarifrechner mit reinschalten, um zum Beispiel trennen zu können, von wem kam denn jetzt der Antrag. Und derjenige hätte dann die Möglichkeit, einfach mit einem gewissen Kürzel, das wird dann auch auf den Antrag mit aufgedruckt, zu sagen, welcher Mitarbeiter war das zum Beispiel. Das soll Ihnen auch helfen, um intern das ein Stück weit besser zu organisieren. Sie können also diese zusätzlichen Felder hier aktivieren und auch noch zusätzlich als Pflichtfeld deklarieren, dass der Mitarbeiter gar keine Chance hat, in dieses Antragsfeld, was da zusätzlich geschaffen wurde, da einfach gar nichts einzutragen. So, in der Kategorie Vermittler gibt es aber nicht nur die Einstellung, sondern es gibt auch die Kategorie Zusammenarbeit. Und da habe ich jetzt hier mal beispielhaft einen Screenshot mitgebracht. Es gibt verschiedene Reiter, Sie sehen es, aber ich habe jetzt hier mal die Vermittlersuche aufgemacht. Das ist vielleicht ein Punkt, den noch nicht jeder kennt. Sie haben also auf dieser Seite die Möglichkeit, Ihre Vermittlersuche zu aktivieren. Und das bedeutet, dass bei uns auf der öffentlichen Homepage, wenn also mal ein Interessent, ein möglicher Kunde sich bei uns auf die Homepage verirrt hat und sagt, naja, bei der Haftpflichtkasse würde ich gerne versichert sein, ich brauche nur noch einen passenden Makler dazu, dann gibt es eine Möglichkeit, die Vermittlersuche. Und dafür müssen Sie freigeschaltet sein. Und das können Sie hier über diesen Punkt erledigen. Sie können dann noch mal schauen, welche Angaben da angezeigt werden sollen. Das heißt, Ihre Formierung und Anschrift, Kontaktdaten. Sie hätten die Möglichkeit auch noch, ich sage mal, ein Foto von sich oder ein Logo hochzuladen. Sie haben ein freies Bemerkungsfeld, können Sie noch mal eine Kurzvorstellung von sich, machen. Also das ist durchaus eine sinnvolle Möglichkeit, um sich hier auf der Homepage von der Haftpflichtkasse noch mal ein bisschen prominenter zu platzieren, wenn da ein Kunde mal nach einem Vermittler suchen möchte. Die nächste große Kategorie in unserem Extranet ist die Kategorie Bestand. Da kann man sich auch leicht darunter vorstellen, was man hier zu erwarten hat. Man kann also die ganzen Verträge einsehen, man kann sich die Schadenakten anschauen, man kann auch Neuschäden melden darüber, man kann sich die, ich habe es vorher schon mal erwähnt, Statistiken erzeugen oder sich Verträge anzeigen lassen, die sich gerade in einem Beitragsrückstand befinden. Auch das ist immer mal ganz wichtig, dass man weiß, okay, bei wem muss ich hier mal nachhaken, was ist da los, warum haben wir hier eine Stornogefahr offen und der ganzen Sache möchte mal nachgehen und auch hier haben wir da eben eine Kategorie geschaffen, dass man das auch schön sehen kann. Das wäre jetzt ein guter Moment, um mir jetzt auch mal per Screensharing das sogar mal live zu zeigen. Jetzt frage ich gerade mal die Kollegin, wie sieht es bei dem Chat aus? Kann ich jetzt mal in Screensharing umschalten? Ja, sieht alles super aus. Hier kam auch noch eine Frage. Vielleicht kannst du noch mal ganz schnell dann auch innerhalb des Extranets zeigen, in den Einstellungen, wo man sich für die Vermittlersuche anmelden kann. Okay, alles klar. Das machen wir dann sofort. So. Das muss nur. Ja, jetzt bin ich gerade ein bisschen überrascht, weil die, das Screensharing jetzt hier nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Ich probiere es nochmal. Wir hatten das eigentlich vorher einfach mal getestet. Frau Zimmers. Haben Sie den zweiten Bildschirm oder was genau sagt er? Nee, er macht einfach gar nichts. Ich bin, äh, wenn ich die, der Screensharing abstarten möchte, passiert leider nichts. Ich probiere es gerade mal bei mir. So, es funktioniert. Oh, Sie sehen jetzt alle hier die... Ja. Ja, okay, ich beende nochmal. Klicken wir nochmal auf Bildschirm, bitte. Nee, leider. Macht der jetzt nicht. Wir hatten das, äh, wir hatten es gestern, gestern schon mal. Tut mir leid, liebe, liebe Zuhörer, Ja, das, äh, das war jetzt hier so nicht, nicht geplant. Frau Blass, möchten Sie es mal probieren? Also Sie klicken oben auf Bildschirm. Herr Ahrat, ist im Hintergrund bei Ihnen was auf? Genau, Screensharing-App. Ja, Herr Kraut. Das passiert auch den Profis mal. Äh, ja, ich hatte auf Übertragung starten geklickt, aber bei mir passiert auch nichts. Oder ich kann starten einen neuen Browser-Tab versuchen. Es hat sich zwar ein neuer Tab, aber der ist auch komplett frei. Herr Ahrat, kann ich das zeigen von meinem PC? Wenn Sie mir sagen, wie? Ähm, ja, nee, also das leider, leider nicht, weil Sie müssten jetzt in den internen Bereich bei uns auf der... Ja, ich habe hier eigentlich so einen, einen, einen Test, ähm... Zugang. Ja, einen, einen Testzugang, ein Max-Mustermann-Vermittler-Konto, woran ich das zeigen wollte. Das hat auch bei unserem, bei unserem, äh, Test gestern, hat das auch wunderbar, alles funktioniert. Ist denn im Hintergrund irgendwie noch ein Fensterchen? Nee. Und vielleicht gerade nochmal den Download-Windows machen? Geht ja recht schnell. Ich mache es auch parallel nach. Ja, genau. Versuchen wir... Versuchen wir... Ne, das wird blockiert. Okay, nee, ähm, dann sei es wie es sei. Ich wollte jetzt eigentlich an der Stelle gerne nochmal zeigen, ähm, wie man, wie man die einzelnen Verträge, Verträge suchen kann. Das scheint jetzt hier aufgrund der Technik leider nicht so funktionieren, ähm, aber sei es wie es sei. Also, ich versuche es, ich versuche es einfach mal zu beschreiben, wie es letzten Endes von uns gemeint ist. Also, wenn, wenn sie sich in dem, in dem Bereich, ähm, vertragen... Tim, Moment, ich glaube, bei mir sollte es jetzt funktionieren, warte. Ja? Ah. Ja? Ja, genau, wir sehen jetzt den Bildschirm. Ja. So, Sekunde. Möchtest du mir gerade mal die Vermittler-Nummer nehmen? Genau, das wäre die 009510. Ja. Und dann die 948. 948. Okay. Genau, perfekt, super. Dann kannst du uns einfach durchführen. Genau, dann werde ich das jetzt hier mal durchmoderieren. Also, wir sind da in der zweiten Kategorie im Bereich Bestand. Und, liebe Kolleginnen, drück mal bitte auf Verträge. Und jetzt ist es natürlich so, wir haben jetzt hier in diesem Mustermann-Konto haben wir jetzt erstmal nur einen Vertrag angelegt. Das ist auch ein Max-Mustermann. Damit wir hier auch keine Datenschutzprobleme bekommen, wenn ich Ihnen hier irgendwie was zeige, was ich eigentlich gar nicht zeigen darf. Also, das ist ein Dummy-Vertrag. Grundsätzlich würden Sie hier erstmal alle Ihre Verträge sehen können, die halt in Ihrem Bestand sind. Und man hat die Möglichkeit, oben nach Versicherungsnummern, nach Namen zu suchen. Und das Schöne ist, Michelle, du kannst ja einfach mal anfangen, bei der Versicherungsnummer mal die ersten drei Zahlen von dem Vertrag unten einzutragen, um dann, damit man nämlich sehen kann, er macht dann nämlich auch schon direkt Vorschläge. Also, das funktioniert dann bei Name oder bei dem Ort, funktioniert das genauso, dass Sie da auch schon direkt so eine Autovervollständigen-Funktion irgendwie bekommen und somit Sie auch Möglichkeiten haben, entsprechend die Verträge alle so finden zu können, wie Sie das wollen. So, dann klickt mal unten bitte auf die Versicherungsscheinnummer, damit wir auch den Vertrag, den wir da unten jetzt gefunden haben, auch mal im Detail sehen. Und hier haben wir uns gedacht, okay, wir wollen jetzt erstmal zeigen, was ist das Wichtigste. Also, die Risikodaten, wir haben Beginn und Ablauf, wir haben Angaben darüber, ob das für Verfahren aktiviert ist oder nicht. Und ganz, ganz interessant ist auch noch auf der linken Seite die Kategorie Tarifgeneration, das hat mit unserer Innovationsgarantie zu tun. Es kann ja sein, Sie haben irgendwelche Verträge, die vor langer Zeit abgeschlossen wurden, das heißt nicht, dass Sie immer noch die Leistungen nur haben, die halt damals abgeschlossen wurden, sondern wenn das vom Beitragsniveau zum Beispiel einer neueren Tarifgeneration entspricht, dann wird das im Schadenfall auch direkt so gewertet, als wäre es auch der neuere Vertrag. Und das kann man hier auch verbindlich ablesen. Man weiß also, das ist hier der Einfachbesser, der aktuelle, wir reden jetzt ja hier von einem Hausratvertrag, dann habe ich den Fahrraddiebstahl bis 10.000 Euro jetzt schon drin und das kann man hier dann eindeutig erkennen. Ansonsten, aktueller Vertragsstand, da sind einige, ich sage mal, oder die wichtigsten Dokumente schon mal direkt abgelegt, wenn man sich da mal eine Police angucken will. Man sieht jetzt ganz rechts bei den Vertragsdetails, da gibt es eine Kategorie Vertragsschriftverkehr, da ist jetzt, da kannst du ruhig mal draufklicken, genau, da sieht man, was ist denn da hier so in dem Vertrag alles passiert, also es sind Änderungen, es sind Schadenanzeigen, wenn uns der Kunde gesagt hat, dass er umgezogen ist, also alles das, was bei uns in der Kundenakte dann zu finden ist, letzten Endes kann man dann hier auch einsehen, damit Sie sich auch zu jeder Zeit irgendwie ein richtiges Bild machen können, was ist hier mit dem Vertrag so gerade los. Und in dem unteren Bereich, da gibt es nochmal zwei Möglichkeiten, Neuantrag mit VN-Daten oder Änderungsantrag, also je nachdem, ob Sie eine andere Sparte noch für den Kunden mit abschließen wollen oder ob dieser konkrete Vertrag, den wir jetzt hier geöffnet haben, ich sage mal, neu geordnet werden soll, kann man hier abspringen, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen machen, das würde so ein bisschen den Zeitrahmen sprengen, aber einfach, dass Sie wissen, Sie können, wenn Sie bei uns einen extra netten Vertrag gefunden haben, da auch noch weiterarbeiten, indem Sie weitere Verträge neu mit abschließen oder den bestehenden auch ändern. Sie müssen also nicht unbedingt, können Sie natürlich auch, Sie können uns auch eine E-Mail schicken mit einem Änderungswunsch, aber über die Funktion haben Sie die Möglichkeit, Verträge auch direkt zu ändern. So, und jetzt gehen wir nochmal schnell oben bei Bestand, nicht zu den Verträgen, sondern zu den Schäden. Da ist nämlich hier auch ein Dummy-Schaden ist hier angelegt, also grundsätzlich von der Suche, von der Selektion funktioniert das genauso, wie auch bei den Verträgen auch. Ich klicke jetzt gerne mal in den Schaden rein, genau, und auch hier sieht man dann zusammengefasst, was ist hier irgendwie passiert, gibt es Dokumente zu der Schadenmeldung, Sie haben rechts die Möglichkeit, dazu direkt eine Nachricht zu schreiben, oder Sie können noch Dokumente hochladen, wenn dann noch irgendwelche Kostenvoranschläge von uns angefordert worden sind, oder Sie wollen Bilder uns zur Verfügung stellen, können Sie direkt hier in dem Extranet alles erledigen. Der Vorteil ist, das kommt dann auch direkt zu dem entsprechenden, der das Ganze bearbeitet, also macht es für uns alle leichter, Sie haben an der richtigen Stelle dann ein Dokument hochgeladen und die zuständige Person hat es direkt auf dem Bildschirm und kann damit weiterarbeiten. Also eine ganz wichtige Kategorie hier im Extranet mit der Bestandsarbeit, Verträge sehen, Schäden bearbeiten, man sieht hier noch weiter, diese Statistik und stornigefährdete Verträge, das sind auch noch zwei Kategorien, sind jetzt in dem Fall, weil der Bestand jetzt auf dem Konto relativ klein ist, nicht sonderlich spannend, aber für Ihre Bestände mit Sicherheit sieht das anders aus, und wenn Sie da mal Verträge haben, die sich gerade im Beitragsrückstand befinden, wären die zum Beispiel in den Mahnlisten unter den schlaunegefährdeten Verträgen gut sichtbar. Okay, das war, sagen wir mal, für den Moment, wir gehen gleich nochmal zurück ins Screensharing, aber das wäre für die Kategorie, oder hast du noch... Ich wollte es nochmal kurz zeigen, wie man sich in die Vermittlersuche dafür registriert. Ah ja, okay, stimmt, dann unten auf die Zusammenarbeit. Genau, und da ist der rechte Reiter, da ist dieses Kurzporträt Vermittlersuche, das ist auch der Screenshot, den ich da vorher auf der Folie hatte. Also hier haben Sie nochmal die Möglichkeit, da die Kontaktdaten entsprechend zu ändern. Diese Kurzvorstellungen können Sie einfach selbst im Freitext, Sie haben dafür 1200 Zeichen frei, Sie können Bilder hochladen, das kann ein Firmenlogo sein, das kann ein Foto von sich selbst sein, und sobald Sie da unten auf diese Änderung speichern geklickt haben, dann bekommen die Kollegen aus dem Vertriebsservice entsprechend die Info, dass hier so eine Vermittlersuche aktiviert werden will, und dann drücken die noch das letzte Freigabeknöpfchen und dann ab dem Zeitpunkt sind Sie dann bei uns auf der Homepage auch zu finden. Das ist so eine kleine versteckte Funktion, deshalb habe ich es vorher mal erwähnt, und jetzt haben wir es nochmal in der Kategorie Vermittler, Zusammenarbeit, der Reiter Kurzporträt Vermittlersuche, und dann können Sie entsprechend hier noch Ihre letzten Eingaben machen und das Ganze nochmal beantragen. Gut, dann gehe ich wieder raus. So, dann kann ich jetzt hier wieder übernehmen, und zwar, also wir gehen jetzt auch gleich nochmal zurück in Screen Sharing, aber ich wollte jetzt hier nochmal Ihnen einmal die Möglichkeit geben, weil jetzt das Chatfenster für Sie auch wieder zu sehen ist, Sie könnten jetzt nochmal Fragen stellen, und ich wollte noch eine kleine Einführung zum Tarifrechner an sich geben. Also man kann natürlich Angebote rechnen und, ganz wichtig, auch zwischenspeichern. Das ist ein Wunsch gewesen von Ihnen. Das kann ja mal wirklich sein, es fehlt am Ende doch noch irgendwie eine Information, und man muss wieder abbrechen und das nächste Mal das Ganze wieder von vorne machen. Wir haben Möglichkeiten, den Tarifrechner auch so zu verwenden, dass man ab einem gewissen Punkt schon mal zwischenspeichern kann und kann das Ganze wieder aufrufen. Natürlich kann man bei uns auch online beantragen. Das müssen nicht nur Angebote sein, die man da rechnet, sondern man kann das natürlich auch verbindlich absenden und hat die Möglichkeiten, das auch nachzuverfolgen. Nämlich zum Beispiel die zwischengespeicherten Angebote oder Anträge, die findet man unter der Rubrik Meine Post. Das ist unten auch schon mal der kleine Screenshot dazu, wo man sehen kann, dass es da verschiedene Kategorien gibt, dass man da jeweils wieder reinspringen kann, um seine zwischengespeicherten Anträge oder zwischengespeicherte Schäden, kann es auch sein, dass man das auch wieder leicht findet. Genau, das wäre dann auch wieder eine ganz gute Gelegenheit. Dann können wir jetzt noch mal zurück ins Screensharing. Bitte, Michelle. Ja, Sekunde. Genau, wir können jetzt einfach mal beispielhaft das Ganze an der Privathaftpflicht machen, dass wir hier einfach mal den Privatkundenhaftpflichtrechner oben einfach mal öffnen. Die sind da alle nach Spaten sortiert in der Mitte des Bildes. Genau, und wenn man hier Tarifberechnung und Abschließen macht, dann kommt man in die entsprechende Maske. Wir achten auch darauf, dass wir nicht zu viel Quatsch nachfragen. Ja, also wir wollen wirklich nur die relevantesten Risikodaten am Anfang haben, um schnell zu einem Angebot zu kommen. Man kann jetzt einfach mal sagen, Alter 30. Genau, wir wollen eine Familie versichern, wir wollen keine Selbstbeteiligung. In den letzten Jahren ist kein Vorschaden aufgetreten und das D-Palast-Schriftmandat wird erteilt. Bisher bestehen noch keine weiteren Verträge. Jetzt habe ich unten noch die Möglichkeit zu sagen, möchte ich vielleicht noch ein Tierhalterrisiko mit einschließen oder möchte ich noch eine Amtshafpflicht mit einschließen. Also auch das, wir fragen wirklich nur die wichtigsten Sachen ab. Kannst gerne mal auf Weiter klicken. So, und schwupps habe ich direkt schon ein Ergebnis. Ich suche mir letzten Endes nur noch aus, welche Tariflinie ist für mich relevant. Möchte ich was an der Zahlungsweise ändern? Möchte ich was von den Zusatzbausteinen noch dazu buchen oder nicht? Möchte ich den papierlos Nachlass berücksichtigt haben? Und dann bin ich schon direkt an der Stelle, wo ich sagen kann, möchte ich mir jetzt selbst ein Angebot zuschicken oder auch dem Kunden oder soll das Ganze online verbindlich beantragt werden? Also auch hier die Funktionalität ist zwar vielleicht grafisch jetzt nicht total aufwendig und keine lustigen bunten Bildchen, sondern wir konzentrieren uns hier wirklich einfach wieder aufs Wesentliche und sagen, wir stellen einfach die Funktionen zur Verfügung, die in dem Augenblick Sinn machen, damit sie schnell an ein Angebot kommen und sich entscheiden können, will ich mir erst mal das Angebot zuschicken, damit ich es dem Kunden erst mal vorlegen kann oder machen wir es amtlich und können den Antrag verbindlich stellen. Vielleicht gehen wir jetzt noch einmal kurz zurück nochmal auf die Startseite und hier können wir nochmal unter dieser Kategorie Vermittler meine Posts den Screenshot nochmal sehen, den ich schon vorher auf der Folie mit drauf hatte, damit man hier auch das hier nochmal live sieht. Also wenn man einfach dieses Posts anklickt, sieht man genau diese Reiter und kann in zwischengespeicherte Anträge und Angebote da letzten Endes immer wieder zurückspringen. Also es ist eine super Funktion und hatte auch den Hintergrund, das kam von Ihnen aus der Vermittlerschaft, die uns da den Hinweis gegeben haben, es gibt einfach Situationen, da hat man nicht immer alles parat direkt zur Hand und man braucht vielleicht nochmal einen Moment, um irgendwie eine Bankverbindung abzufragen oder vielleicht nochmal nachzufragen, ob da jetzt der Papierlosnachlass gewünscht wird oder nicht, dann kann man sich die Angebote auch zwischenspeichern und die dann hier wieder aufrufen. Die Tarifrechner finden Sie für alle unsere Sparten. Wir haben jetzt mal beispielhaft die Haftpflichtversicherung gemacht, aber das Ganze funktioniert natürlich genauso für einen Unfallvertrag, für einen Hausratvertrag oder für unsere Firmenkundenhaftpflichtversicherungen. Die sind alle ähnlich aufgebaut. Müssen wir jetzt, müssen wir nicht alle durchgehen. Klicken Sie sich mal durch, wenn irgendwo mal eine Frage, irgendwas entsteht, dann auch gerne mal anrufen. Aber wir geben uns alle Mühe, dass das selbsterklärend ist und wir einen Masken da geschaffen haben, mit dem man auch vernünftig arbeiten kann. Gut, vielen Dank soweit, Michelle. Dann können wir hier, glaube ich, auch wieder rausgehen. Genau. So, und wir haben jetzt hier noch ganz hinten, also hinter den Tarifrechnern kommt noch der Bereich Services. Das ist zum einen dafür da, wenn man solche Tarifrechner links für die eigene Homepage erzeugen will, kommt tatsächlich häufiger vor, als man so vermuten mag. Freut uns auch, dass das angenommen wird, dass das verwendet wird. Also, Sie haben hier einfach eine Möglichkeit, ganz einfach zu sagen, ich hätte gerne für die einzelnen Sparten, den kann man sich dann auf die Homepage einprogrammieren und sollte ein Kunde von Ihnen dann auf Ihre Homepage da draufklicken, kommt er direkt zu unserem Kunde. Die Kunde-Nummer ist da im Hintergrund hinterlegt, das heißt, das Geschäft kann auch richtig zugeordnet werden. Also ist einfach mal wichtig zu wissen, dass wir solche Möglichkeiten haben. Man kann alle möglichen Dokumente herunterladen, wenn man mal was sucht, eine Blanko-Sepa-Mandat oder Versicherungsbedingungen, einen Blanko-Antrag. Also hier gibt es einfach so eine Dokumentenverwaltung. Das kennen Sie mit Sicherheit auch aus vielen anderen Portalen, dass man da die Möglichkeit hat, an alles Wichtige ranzukommen. Und es gibt noch eine Kategorie, die heißt GDV-Daten. Hier habe ich sogar noch mal einen Screenshot dazu. Wenn man das allererste Mal auf diese Seite geht, bekommt man das hier angezeigt, was wir jetzt hier sehen. Hier muss man nämlich noch einer Geheimhaltungs- und Haftungsausschusserklärung zustimmen. Und wenn man das gemacht hat, dann wird aber genau auch an der gleichen Stelle dann ab dem Folgebonat die entsprechenden GDV-Daten zur Verschübung gestellt. Das machen wir immer in zwei unterschiedlichen Methoden. Nämlich einmal den jeweiligen Gesamtbestand, und zwar den aktuellsten, und den jeweiligen Änderungsbestand im Verhältnis zum Vormonat. Da können Sie sich aussuchen, ob Sie dann irgendwann nur noch die Änderungsbestände einlesen wollen, oder jeden Monat einfach den neuesten Gesamtbestand, je nachdem, wie Sie sich da organisieren wollen. Also es ist immer beides bereitgestellt und finden Sie eben auch im Extranet unter der Kategorie Services einfach zum Runterladen. Wenn dazu auch noch Fragen sind, gerne bei uns durchklingeln. Da helfen wir gerne weiter. So, und dann haben wir als letzten Punkt in den Services auch noch unser Maklerforum. Hier sehen Sie auch wieder das Bild von der Kollegin. Vielleicht bist du so nett und sag noch mal zwei, drei Sätze zu dem Maklerforum, weil du das ja auch, sagen wir mal, intensiv betreust. Ja, gerne. Also, wenn Sie im Maklerforum angekommen sind, finden Sie eben eine Plattform, in der Sie sich mit Ihren Kollegen austauschen können, aber auch mit uns, mit der Haftlichtkasse, mit den Kollegen, oder sich auch gegenseitig Fragen stellen können. Da finden Sie schon ganz viele Rubriken, die schon erstellt wurden, die eben auf Zuruf von Ihnen erstellt wurden. Ob das eben ist, dass Sie Ihren Bestand verkaufen wollen oder einen kaufen möchten. Da ist wirklich auch schon viel reger Austausch, wo die Makler sich untereinander eben austauschen können, oder aber auch zum neuen Privatschaftlichttarif. BIPRO, es gibt eine Rubrik für Anregungen, was Sie sich vielleicht noch wünschen in der Zukunft, oder aber auch zum Extranet, oder aber auch vielleicht einfach ein bisschen was Lustiges, ob Sie interessante Schadenfälle aus der Praxis haben, die vielleicht so ein bisschen kurios oder ganz spannend waren. Und da können Sie eben ganz einfach über das Extranet dorthin gelangen, einen Kommentar schreiben, Fragen stellen, oder aber auch auf Kommentare und Fragen der anderen Partner eben antworten. Ja, und rechts haben Sie eben auch noch die Möglichkeit, ein Wunschthema abzugeben, wo Sie sich denken, okay, da möchte ich gerne mal drüber sprechen, das finde ich hier in den Rubriken noch nicht, das passt irgendwie noch nicht dazu. Dann können Sie das da eben eingeben. Dann bekomme ich das direkt per Mail zugeschickt, schaue mir das einmal an und stelle das dann eben entsprechend im Maklerforum ein. Und würde mich dann natürlich auch freuen, wenn Sie als Wunschabgeber da auch dann das erste Kommentar eben zu verfassen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis aus der Vergangenheit, weil es mir einfach in letzter Zeit manchmal aufgefallen ist, dass das Feld für das Wunschthema vielleicht als Suchfeld benutzt wurde. Also ein Suchfeld haben wir derzeit noch nicht. Die Rubriken passen auch aktuell noch alle auf eine Seite drauf, sodass Sie da wirklich einen Überblick haben, Recht eben, das ist das Feld für das Wunschthema, um das abzugeben. Ja, ich glaube, Tim, mehr gibt es da auch gar nicht so zu sagen. Du kannst weitermachen und ich widme mich wieder den Chat fragen. Genau, jetzt sind wir nämlich, also schon mal vielen Dank dafür. Jetzt sind wir nämlich auch schon an dem Punkt angekommen, wo wir mal die grundsätzlichen Funktionalitäten und die einzelnen Bereiche des Extranets uns jetzt angeguckt haben. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, wo Sie noch mal ganz intensiv Fragen stellen können. Das eine wäre dann eben über den Chat. Da läuft ja auch schon die ganze Zeit ein bisschen was rein. Die Kollegin hat sich schon gekümmert. Die andere Variante wäre, wenn Sie die Sternchen-1-Taste auf Ihrer Telefontastatur drücken, dann bekomme ich hier so eine virtuelle Wortmeldung beziehungsweise auch die Frau Timmers von der Firma CSN, die das Ganze ja hier technisch begleitet. Und wenn Sie auch wollen, hier noch mal live mit reingeschaltet zu werden, wäre das eben eine entsprechende Möglichkeit, mit Sternchen-1 Ihre Wortmeldung anzuzeigen. Oder Sie verwenden den Chat. Und auch da können wir noch mal auf Ihre individuellen Fragen eingehen. Ist denn da schon was reingekommen, liebe Michelle? Also vielleicht hier eine Frage. Kann ich als Untervermittler ein kürzes Thema der Vertragsnummer auch bei schon bestehenden Verträgen ergänzen? Da bin ich jetzt ein bisschen überfragt, was mit Kürzel gemeint wäre. Ich gehe davon aus, dass eben eine Zuordnung möglich ist zum Hauptvermittler. Also wenn es daraus zielt, was ich vorher gesagt habe mit der individuellen Antragsnummer, also die funktioniert auch durch die Vertragung und wird dann auf der Antragskopie auch erscheinen, jetzt bei Bestandsverträgen noch mal nachträglich, da eine Antragsnummer zu vergeben, das ist nicht möglich. Oder die Funktion, die steht nicht zur Verfügung. Man hat aber Möglichkeiten vielleicht für Ihr Haus, da können Sie aber gerne individuell auf uns zukommen, wir haben Möglichkeiten bei Unternummern, die auch für die einzelnen Mitarbeiter anzulegen und dann kann man das auch noch besser sortieren voneinander. Da kann man auch Verträge dann wirklich auf unterschiedliche Nummern schieben. Aber dieses Antragsnummernfeld, das funktioniert wirklich jetzt erst mal nur in dem Antragsprozess. So, haben wir noch weitere Fragen? Ja, vielleicht kannst du das eine noch beantworten. Und zwar, wenn man innerhalb des Schadens ist, die Originalschadenanzeige, ob die nicht dargestellt wird dort, die mal per Mail eingereicht wurde. Ja, doch, die sollte da eigentlich auftauchen. Jetzt kann es das Stichwort Datenschutz sein, dass da irgendwelche Gesundheitsdaten auch schon direkt mit drinstehen und da die Kollegen ein bisschen aufpassen mussten, wie das veröffentlicht wird. Aber wenn Sie wirklich mal so einen Fall haben, gerne noch mal Bescheid sagen, dann gehen wir der Sache nach. Grundsätzlich ist es natürlich wichtig, dass alle relevanten Dokumente, die zu dem Vorgang passen, dann egal, ob das jetzt ein Vertrag ist oder eine Schadenakte, dass die da auch entsprechend zu sehen sind. Weil sonst macht das Ganze ja auch irgendwie wenig Sinn, wenn da die Hälfte fehlt. Also ist es schon wichtig, dass auch Schadenanzeigen da mit auftauchen. Wenn das mal im Einzelfall nicht passiert, müssten wir mal der Sache nachgehen. Und dann gucken wir uns das nochmal an. Genau, und ansonsten war noch eine Frage, eine allgemeine Frage bezüglich den Unterlagen zu der Präsentation heute. Die werden Ihnen natürlich auch im Nachgang eben zur Verfügung gestellt. Ja, ansonsten habe ich hier im Chat, doch, Moment. Kann ich bei Schadensmeldung über das Extranet Dateien hochladen oder nachreichen? Ich meine, das hat der Tim auch, glaube ich, schon mal gezeigt. Konzept, genau, das funktioniert definitiv. Einmal konkret zu einem Vorgang. Da ist dieses Schaden melden oder Dokumente hochladen, das ist immer eine eigene Funktion innerhalb der Ansicht. Ansonsten, wenn Sie es doch mal irgendwie nicht finden. Es gibt, wenn Sie im geschützten Vermittlerbereich sind, auch eine Funktion, die habe ich jetzt vorher nicht konkret gezeigt, aber die heißt einfach Kontakt. Und über den Kontakt, das ist jetzt nicht auf einen konkreten Vorgang bezogen, sondern hier geht es einfach nur darum, Sie wollen irgendwie Kontakt mit uns aufnehmen. Und auch hier sind Möglichkeiten geschaffen worden, um verschiedene Dokumente auch noch hochladen zu können. Da müssen Sie einfach nur dazuschreiben, zu welchem Vertrag oder Schadenakte das passen soll. Also das ist immer noch die Notlösung, aber wir haben auch auf der Vertrags- und Schadenebene so Funktionalitäten geschaffen, um entsprechend auch hier noch Sachen nachreichen zu können. Also das funktioniert definitiv. Ah, vielleicht, Tim, wäre auch noch mal was. Und zwar geht es um die Einbindung der Tarifrechner für die eigene Homepage. Ja. Vielleicht willst du das noch mal zeigen, ist ja auch eine schöne Sache. Genau, wir hatten es vorher schon mal kurz erwähnt, aber vielleicht magst du noch mal ins Screensharing reingehen, und dann können wir sogar auch zeigen, wie das genau aussieht. So, müsstest du jetzt wieder mal extra nicht sehen. Genau, richtig. Und da ist unter den Services eben dieses Tarifrechner und Software, ganz auf der rechten Seite. Genau. Und da gibt es jetzt einen Reiter, der heißt Aktivierung Tarifrechner links. So, und letzten Endes hier können Sie einstellen, welche von den Tarifrechner links, das ist jetzt hier pro Sparte, gäbe es da einen, könnten Sie auswählen, welchen davon wollen Sie letzten Endes haben. Unten steht ein Empfänger, der ist vorbelegt mit der grundsätzlichen Mailadresse, die wir von Ihnen kennen. Das können Sie aber noch korrigieren, das können Sie sich auch woanders hinschicken lassen. Und dann bekommen Sie eine automatisierte E-Mail mit den entsprechenden Tarifrechner links, und die können Sie dann eins zu eins verwenden, um sie bei Ihnen auf der Homepage eben zu hinterlegen. Und ganz wichtig ist, wenn Sie das über diesen Weg sich selbst zugeschickt haben, dann ist die Vermittlernummer hier im Hintergrund immer hinterlegt. Das heißt, das Geschäft wird auch immer richtig zugeordnet. Hier, der Vollständigkeit halber sei vielleicht noch erwähnt, auf der rechten Fenster kann man noch erkennen, ob Sie informiert werden wollen, wenn der Tarifrechner benutzt wurde. Denn wenn es ein Kunde war, der auch bei Ihnen auf der Homepage ein bisschen rumgeklickt hat, kriegen Sie das vielleicht nicht unbedingt mit. Und hier können Sie noch bis zu zwei E-Mail-Adressen hinterlegen. Und das letzten Endes einrichten lassen, dass Sie einfach eine kurze Info bekommen mit der entsprechenden Antragskopie oder Angebotskopie. Achtung, ein Kunde war auf der Homepage und hat diesen Tarifrechner-Link auch tatsächlich verwendet. Genau, das findet man auch unter den Services. Dann gehe ich erst mal wieder raus. Okay, hat die Frau Timmers auch noch was per Telefon? Nein, da ist keine Wortmeldung reingekommen. Okay, also dann wird hier hauptsächlich der Chat benutzt. Das darf jeder machen, wie er möchte. Normalerweise machen wir das ja wirklich nur mit den telefonischen Wortmeldungen. Diesmal haben wir uns absichtlich dafür entschieden, auch den Chat zu öffnen. Der wird rege benutzt. Das ist wunderbar. Grundsätzlich ist es natürlich auch so, wenn Sie versuchen das jetzt mal ein bisschen, Sie klicken sich da durch und Sie kommen jetzt an den Punkt an, wo Sie sagen, hier hätte ich gern noch mal ganz detailliert zu einem ganz konkreten Vorgang und zu einer ganz konkreten Frage noch ein bisschen Hilfe, dann rufen Sie uns wirklich immer gerne an. Also, wir haben hier jede Menge Profis im Haus, die Ihnen da weiterhelfen können. Wir wollten jetzt hier erst mal einen groben Überblick verschaffen für alle, die sich schon ein bisschen auskennen. Vielleicht haben wir hoffentlich noch den einen oder anderen Trick erzählen können, aber auch für die ganzen neuen Nutzer, dass man mal so grundsätzlich weiß, wie das Ganze funktioniert. Aber immer herzlich gern, wenn irgendwie noch Fragen sind, dann immer bei uns anrufen. Wie sieht es aus mit Weiterbildungszeit? Ist da hier noch eine Frage? Also Weiterbildungszeit ist jetzt hier in dem, deshalb haben wir es auch nicht beworben. Wir stellen jetzt ja hier wirklich erst mal nur unser Extranet vor, die Funktionalitäten und wie komme ich da überhaupt in das Portal irgendwie rein. Da sind wir uns sicher, dass das eine zuständige Industrie- und Handelskammer als nicht IDD-konform wahrnehmen würde. Von daher haben wir das diesmal auch nicht beworben und Weiterbildungszeiten sind hier nicht geplant. Wir haben andere Fachvorträge, da ist uns das auch immer wichtig, da suchen wir uns auch immer was raus, dass Sie da auch Weiterbildungszeiten bekommen. In dem Fall ging es jetzt hauptsächlich erst mal darum, mal zu zeigen, warum ist unser Extranet gut, wie kann man es nutzen, wie sind die Funktionen. Dann hätte ich noch zwei Schadenfragen. Ja. Ein, wie übermittle ich die Schadensanzeige per E-Mail an den Kunden? Kann man das aus dem Extranet heraus? Das wäre das eine. Okay, die Funktion, die gibt es so nicht. Also wenn man diese Neuanlage eines Schadens innerhalb des Extranets, die ist so gemeint, dass Sie den Schaden an uns melden und kein Blanko-Formular an den Kunden empfehlen, da empfehle ich dann eher in der Dokumentenverwaltung, sich vielleicht eine Blanko-Schadenanzeige darunter zu laden und dann können Sie es natürlich auch dem Kunden zuschicken. also die Funktionalität im Extranet ist mehr so gemeint, dass Sie dann mit uns kommunizieren. Okay, und die zweite Frage wäre, da geht es auch nochmal um Schaden, wenn man Dokumente innerhalb eines Schadens hochlädt, warum diese Dokumente eben nicht dort im Schaden sichtbar sind, sodass ich halt eben leider im Nachhinein nicht mehr feststellen lassen kann, welche Dokumente jetzt bereits vorliegen. Kannst du da etwas zu sagen, Tim? Ja, also es gibt Konstellationen, da hat es dann tatsächlich was mit Gesundheitsdaten zu tun, weil so wie ich eingangs oder vorher schon mal erwähnt habe, natürlich sollen auch alle wichtigen Dokumente, die irgendwo zu dem Schaden passen, auch am Ende in dieser Ansicht zu sehen sein, weil sonst ist das unvollständig. Also wenn es da ein konkretes Beispiel mal gibt, dann können wir der Sache nachgehen. Ich gebe hier auch gern nochmal meine Mailadresse hier in die Runde. Da kommen die drei Buchstaben Anton, Heinrich, Richard und dann at haftlichkasse.de, also ahr at haftlichkasse.de meine Mailadresse. Schicken Sie mir gern mal so ein Beispiel zu und dann gucke ich mir das an, weil grundsätzlich ist das so gemeint, dass auch alle Dokumente, die wichtig für so eine Schadenakte sind, auch für Sie dann wiederum erkennbar sind und zwar auch die eigenen, die Sie uns mal zur Verfügung gestellt haben. Aber der Sache, der gehen wir gerne nach. Okay, dann war es das bei mir im Chat zum aktuellen Zeitpunkt. Okay, super. Genau, ich sehe hier Wortmeldung haben wir auch nach wie vor immer noch nicht. Aber wie gesagt, gerne das Angebot, wenn sich im späteren Verlauf noch was ergibt, dann wissen Sie, wie Sie uns erreichen können. Vom zeitlichen Ablauf her haben wir ein kleines bisschen überzogen. Wir wollten eigentlich in einer Dreiviertelstunde fertig sein, aber gut, wir hatten ja auch ein kleines technisches Problem. Aber ich denke, wir sind noch im Rahmen geblieben. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, für Ihre Teilnahme. Ich hoffe, da war was für Sie dabei. Wir konnten Sie auch zu unserer Extranet neugierig machen oder vielleicht die eine oder andere Funktion, die Sie noch nicht kannten, zeigen. Wenn noch was ist, Sie melden sich bei uns. Ich bedanke mich auch ganz herzlich bei meiner Kollegin, die hier den Chat im Blick behalten hat und auch noch mit dem Screensharing, weil hier mein PC hier gerade mal gestreikt hat, so flexibel aushelfen konnte. Also vielen Dank auch dafür. Und nochmal der Hinweis, Anfang nächsten Jahres werden wir auch weitere Webinare anbieten, die wir informieren rechtzeitig und damit wir auch weiterhin regelmäßig spannende Webinare für Sie vorbereiten können. Also ganz herzlichen Dank. Machen Sie es gut und bis bald. Tschüss. 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 Vielen Dank.